so hallo herzlich willkommen ist schon ein bisschen spät aber ich eine folge mache ich auf jeden fall noch auch wenn ich langsam so achso ich einmal kurz halber essen und mein ding ist schon wieder zur seite aber egal bei dem spiel ist es nicht ganz so trage schnell sieht ja auch so ein bisschen hier mein rotes kissen und alles ist alles ein bisschen farbig und so ist aber im spiel jetzt auch nicht so dramatisch wie ich finde kann man auch ein bisschen lockerer hier angehen ja ich habe gerade ein bisschen angeguckt und ich war erstaunt da ich denke man dadurch so wie wir hier uns geskillt haben dass wir dadurch hier zum beispiel unbewaffnet schon auf 72 prozent haben was wir wahrscheinlich niemals benutzen werden ich denke mal dass da nicht wie man sich hier halt irgendwie aufstellt und dadurch bekommen die ja hier diese prozent zahlen ich weiß jetzt nicht wenn wir einmal darauf klicken bringt das dann ein prozent mehr wir gucken uns das an wir machen jetzt mal kleine waffen 65 nein es bringt zwei prozent heftig okay dann machen wir das doch mal hier so auf 81 was mir auch gerade gefällt warum diese drei sachen hier grau sind das habe ich gerade noch nicht so ganz rausgekriegt und ich glaube die aktionspunkte können wir nicht mehr aufwerten ich glaube die entstehen auch hier durch und können jetzt auch nicht mehr aufgewertet werden dass wir halt zehn haben jetzt zehn wäre optimal für die war vereinfacht wenn wir den zweimal einsetzen könnten aber okay dann wäre ich halt für öffnen finde ich ganz gut halt mit spinnen und so weiter dass wir halt coole sachen finden wissenschaft ist relativ hoch beinhalten hat eine vielfalt von hightech fähigkeiten wie den umgang mit computern biologie physik und geologie kenntnissen ich weiß nicht was uns das so bringt wenn wir also hightech fähigkeiten okay weiß ich nicht was haben wir noch relativ hoch stehlen ich möchte aber gar nicht stehlen ist das ding weil ich ja immer versuche entweder neutral zu bleiben oder halt der nette typ von nebenan energiewaffen nahkampf waffen ich würde sagen wir gehen erst mal auf kleine waffen volle pulle verteilen jetzt über 100 ach so dachte 100 wäre gekappt dann wo sollen wir dann verteilen werfen wir machen mal zwei noch auf werfen wir haben ja granaten dabei und ich möchte die auch gerne mal einsetzen das könnten wir eigentlich mal wenn wir hier so ein paar bluts haben könnten wir eigentlich mal so eine granate ausprobieren ne können die da reinballern oder geben wir da auch mal ein paar punkte und nahkampf waffen benutzen momentan nicht pass auf dann lassen wir die doch einfach über ne aber okay erlassen wir die über jetzt ist die frage what machen wir als nächstes laufen wir hier so ein bisschen rum schlieren die gegend machen wir auf krampf damit wir sehen wie viele hier sind alter ich sehe aber keine spinne oder sowas ne dass man irgendwie was tolles looten kann ich meine was wir auf jeden Fall kriegen ist jede menschliche menge ep aber wir brauchen ja auch zeugs das wir verkaufen können damit wir kohle kriegen und wieder neue munition mit sicherheit nutzloser schrott kein zweifel so ich überlege gerade wir haben jetzt noch 29 und die ist auch voll aber hier sind keine spinne das heißt wir werden hier mit sicherheit keine munition finden oder irgendwie was wir verkaufen können also achso und achso ich wollte auch mal eben gucken wie viel wir noch tragen können Gewicht 41 kann ich das im Inventar gar nicht sagen Rüstung Tragekapazität achso ich glaube 41 tragen wir gerade und 175 können wir glaube ich tragen äh Giftstrahlung Reaktion Heilung ja ich glaube wir heilen uns auch so schnell weil wir halt diesen einen Bonus auch genommen haben dass wir uns unterwegs heilen glaube ich liegt daran ach ich bin so unschlüssig was wir jetzt als nächstes machen sollen wir müssen hier guck mal da ist doch alles frei okay muss auch noch viel mehr zu entdecken sein ich hab nur Angst dass wir zu viel rumgammeln und nachher die Zeit rum ist wenn wir diesen bescheuerten Wasserschip immer noch nicht haben ne das sind mir zu viele meine Freunde komm 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 ich weiß ja ob der sterben kann wir könnten auch einfach so ein bisschen im Kreis laufen und ihnen die ganze Arbeit machen lassen und wir kriegen schön EP dafür ne ich glaub das funktioniert wir versuchen das mal wir laufen mal so ein bisschen weg das sieht nicht gut aus für ihn wie ich meinen Kumpel einfach so da oben hängen würde wie ich meinen Kumpel einfach so da oben hängen würde ja ich sollte auch gleich mal gucken ob der noch Skinfax hat und wie viel Munition er noch hat ne na ich wollte grad sagen jetzt kriegt der nicht ne wieso greift der die denn an ist der bescheuert die haben uns doch gar nicht bemerkt ah Junge jetzt kriegst du da mal drauf an ne ok ach Ian hat nicht getroffen und hat die Waffe gefallen lassen krass ok achso ich hab ein äh ich hab wieder einen Aktionspunkt zu wenig hat der jetzt keine Waffe mehr ach der hebt die wieder auf alles klar ja und neun Aktionspunkte ja das Trevi ist sowieso nicht ich schieß doch nicht von hier aus Ian mein Held hat mich gerettet boah 555 ja die haben echt nie was dabei ne ah das ist ein bisschen ah finde ich ein bisschen schwer hier muss ich sagen ok warte mal wir quatschen mal mit ihm gucken mal was der noch hat ok die Munition ist weniger geworden aber der hat immer noch 2 Stimpacks die hat er anscheinend nicht gebraucht aber der hat jetzt auch nur noch 12 Schuss ne beziehungsweise denke ich mal seine Knarre wird voll sein das heißt er hat 24 äh oh ich sollte meine Knarre nachladen sehe ich gerade bum 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 geht mit Sicherheit irgendwie eleganter so weiter geht's da geht's nicht weiter wir können ja mal ja hier in der Ecke wird auch nichts sein ne können wir eigentlich hier runter gehen oh hier guck mal hier ist glaube ich ne Stadt oder sowas ja achso ja nur so was kaputtes hier kannst du auch nicht mal irgendwas looten oder so ne voll komisch also irgendwie die Dinger hier sind auch total überflüssig das ist äh ja du siehst Ausgang ja lauf doch mal bitte dahin hallo hallo finde ich äh also die hätten ja hier auch so ein paar Mobs dann in so einer kaputten Stadt reinbauen können und äh weiß nicht so ein paar Kisten so zu looten oder so ja gut ist halt das erste Game auch gewesen ne ist auch schon ein bisschen älter muss man natürlich alles berücksichtigen oooohh ne ne auf gar keinen Fall auf gar keinen Fall oh gut wir sind noch nicht im Kampf ach können wir direkt wieder rausrennen alter wie groß ist denn das hier oh öp du wurdest ver das hatten wir äh vor ein paar Folgen auch schon ne wir wurden getroffen von irgendwie nichts sehr sehr fies okay raus hier alter ist das groß hier verdammte Hacke ey war ist da irgendwie ne Stadt oder sowas was denn hier Wüste und was ist das da ah fuck ey ich glaub die erste Runde verkacken wir hier weil ich einfach 14 oh was ist das denn ähm du hast eine starke Strahlen du hast es abbekommen ja aber wenn wir in der Nähe von so'n so'n Krater da sind bam Floater ein bisschen Abstand ein bisschen Abstand kommt mir nicht hinterher bin ich tot? oh mein Gott wie viel hat der abgezogen der Drecksack Alter ist der stark fuck it boah und wie viel Schuss der braucht scheißen Dreck ey doch geh weg von mir du oh Gott sei dank ey der hat auch nichts dabei nein ist aber auch äh 275 okay ist auch äh ja ich bin einfach zu neugierig will hier alles ähm entdecken und ich glaube das wird mein Untergang sein und das werde ich es nicht rechtzeitig schaffen mit diesem Steuerschip ey okay hier ist aber auch dann echt mal Ende das ist ganz gut aber wir müssen jetzt echt mal überlegen wir haben schon den 3. März ich glaube ähm ich glaube da wird nix mehr Freunde also das dauert ja auch so ewig lange bis wir hier hin und her wandern ach ich bin halt so scharf aufs Level natürlich ne ich will leveln und keine Ahnung ich find's grad ein bisschen ach komm jetzt können wir auch hier nochmal eben in die Ecke hier rein und alles freischalten ist das auch egal ach ne ach ne komm ne Ratte äh ne nein nein ach der ballert aber auch äh ohne dass ich das eigentlich will und verbraucht seine Munition wir verkacken diese Runde nein 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 das ist aber auch gemein ne das äh gerade in der ersten Runde willst du doch auch alles entdecken und die ganze Map freischalten und dann geht die Zeit schon herum ja also ist dieser Chip äh ist dieser Chip wirklich im Vault 15 und haben wir den übersehen? wenn ich den Chip schon hätte wäre ich auch entspannter weißt du wo wir jetzt hingehen? wir gehen mal hier hin Alter das dauert ewig ne ach schon wieder Ratten ey er hat keine Munition mehr toll die Runde die Runde die Runde ist so verloren komm hau rein ja mach fertig wir gehen jetzt erstmal zu unserem Vault zurück Reach Ciao Schau da schalten wir noch ein bisschen was frei. Weil er so querläuft oh Ah. Ob der Wasser... Ja, ich bräuchte eine Wegbeschreibung. Genau, den Hub haben wir noch nicht. Da waren wir noch nicht. Der Hub ist ein wichtiges Handelswerk. Wie gesagt, stimmt das auch? Das ist eine tolle Wegbeschreibung. Ich habe ihn gefragt an einer Wegbeschreibung. Äh, ja. Vielen Dank. Das bringt mich sehr viel weiter. Danke. Achso, warte. Wir gucken mal, was der vielleicht dabei hat. Nichts. Aha. Ciao. Komm, wir beklauen den. Wir brauchen... Was hat er denn da? Was ist das? Äh, Bier. Nuka Cola. Ach komm, ja. Das lassen wir ihm mal. Obwohl, hat Bier würde ich schon gerne mitnehmen. Aber, okay. Das brauchen wir jetzt nicht. Wenn er Munition gehabt hätte, das hätte ich ihm natürlich abgezwackt. Ganz klar. Äh. Oh, jetzt kommt auch alle zwei Meter ein Gegner, oder was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber erst mal Leute durchwühlen. Nein. Ich habe nicht genug Aktionspunkte. Fuck. Okay, dann laufen wir noch einen weiter. Was hat der jetzt eingesackt? Nimm dies. Schurke. So spricht er mit einem Red Skorpion. Du Schurke. Geiler Scheiß, ey. Ey, der macht die frisch, ne? Oder was? Ähm. Ey, jetzt haben die auch nichts dabei. Das kann doch nicht wahr sein. Ey. Also ich glaube, das wird jetzt das Einzige sein, was ich an dem Spiel bemängeln werde. Dass man hier nichts looten kann. Weder von den Tieren, noch von den... Also das kann doch nicht sein, ey. Wie soll ich denn hier an Kohle und Munition kommen, wenn ich nirgendswo welche finde und auch keine Kohle finde. Oder irgendwas, was ich eintauschen kann. Wie stellen die sich das denn vor? Hier ist auch nichts. Ich glaube, der kackt gleich ab. Ach, ja, komm, ey. Das sind auch zwei Stunden. Okay, welcher Weg ist kürzer? Nein! Wieso läuft er denn da? Ist der bescheuert? Wie läuft der denn? Oh, läuft der genau zu den Skorpionen? Ich will doch zum Ausgang. Wieso läuft der denn jetzt hier so ein Schwingel? Alter Schwede, ey. Was willst du büßen? Scheiße, ich will nicht, ob der stirbt, ey. Oh, jetzt benutzt er erst mal ein Stimpack. So, ab, raus hier. Oh, fuck, ey. Oh, fuck, ey. Ich finde es echt schade, weil man muss sich ja dann tatsächlich wirklich eigentlich nur auf die Hauptmission konzentrieren, weil man sonst echt Munitionsprobleme und so kriegt, ne? Irgendwas, was man... Also wenn wir die Runde jetzt verkacken sollten, wovon ich jetzt immer mehr ausgehe, dann lese ich mir auch nochmal ein bisschen mehr im Internet dazu durch. Ich finde es, ich finde es so schade einfach. Wo sind wir jetzt hier? Was ist... Was ist das denn jetzt hier? Wir werden uns bei uns zu Hause im Lager irgendwie unendlich Munition oder so kriegen. Ne, dass wir halt da immer zurückreisen müssen, um da irgendwas zu kriegen. Ich meine, wir werden auf jeden Fall umsonst geheilt. Aber das brauchen wir ja nicht. Wir heilen uns ja so auch mal unterwegs und so. Okay, guck mal, nur Zentrale ist oben, wo der Boss ist, ne? Zu sauber für meinen Geschmack. Ja, entschuldige bitte, dass du, äh, so ein Drecksloch gewohnt bist. Tut mir sehr leid. Aber ich sag nur, in real, ich gebe tatsächlich auch Personen, die Dinge zu sauber sein können. Also ich mag es jetzt auch nicht so mega steril so. Es gibt echt einen Punkt so, aber das liegt dann auch an der Einrichtung und so, ne? Dass es einfach, ähm, so krankenhausmäßig wirkt oder so. Aber zu sauber? What the fuck? Okay. Ach ja, meine Waffe ist ja schon gut. Ich will mal gucken, ob wir die vielleicht doch irgendwie Munition oder so kriegen. Komm. Äh, ich brauche ein paar Waffen. Warum sollte es eine... Die Waffen, von denen die in den Fernern, die keinen Zugang zu haben dürfen. Wer hat denn Zugang? Der Aufseher, mein Sicherheits-Team und ich, mein nicht. Klingt so, als hätten nur die Leute Zugang, die wirklich welche brauchen. Das ist aber eine sehr kleine Liste. Ja, stimmt. Boah, ich will Munition haben, Leute. Ich brauche Muni. Ich habe hier einen fetten Auftrag. Ich brauche ein paar Waffen. Eigentlich brauche ich Munition. Ich brauche nicht Waffen. Bitte. Ich brauche sie wirklich... Ich betel mal. Diesmal betteln wir. Boah, alter. Alter. Jetzt können wir mit dem Aufseher... Der hängt da oben auf seinem fetten... Komm mal runter mit deinem Arsch da. Ich brauche Munition. Sag dem Typen mal jede Sommer, welche... Aber warum versammeln die sich denn hier alle? Ist denn der los ein Aufstand oder was? Ja gut, okay. Das macht Sinn, ne? Das Wasser wird natürlich immer weniger. Und die stehen jetzt hier an und wollen ihre Wasserration haben. Schon zurück? Und noch am Leben? Wie läuft denn die Suche? Bescheiden. Nicht besonders. Allerdings habe ich festgestellt, dass die Strahlung recht niedrig ist. Warum bringen wir die Vault-Bewohner nicht einfach nach draußen? Ich habe den Chip noch nicht gefunden. Können wir nach... Was? Können wir nicht einfach einen Ersatz-Chip bauen? Bisher ergebnislos. Wir fragen mal nach dem ersten. Das hatten wir doch schon. Du solltest das wissen, wo du doch draußen warst. Glaubst du, ein anderer würde überleben? Und ich wäre mein Job los. Ich bin Manager. Zu nichts Sinnvollem zu gebrauchen. Ja, das ist schon mal gut, dass du das einsiehst. Äh, stimmt auch wieder. Schau, ich weiß, es ist schwierig. Aber wir zählen auf dich. Und die Zeit wird knapp. Bitte, mach weiter. Hm, bitte, mach weiter. Verstehe, ich werde noch intensiver nach dem Chip suchen. Ich brauche Munition dafür, Leute. Ich verstehe das nicht, warum man... Also ich werde definitiv nach Munition oder irgendwie sowas dann googeln. Äh, und ich sehe gerade, ähm... Ich habe schon wieder ein bisschen überzogen. Ah, fuck, ey. Okay, ich mache mal eben Pause hier. Entschuldigung für die Ausdrucksweise. Mich ärgert das gerade so ein bisschen, weil am Anfang dachte ich, oh, ist da so viel Zeit. Jetzt haben wir den anderen erst im März, ne? Das geht dann doch sehr, sehr schnell. Aber man will doch alles erkunden. Ich frage mich, ähm... Wenn man halt den Chip abgibt, ob man danach noch weiterspielen kann. Weil ich fände es echt blöd, ne? Ich fände es echt blöd, wenn man es nicht machen kann. Ach, guck mal, hier steht ja auch 34 Tage. 34 Tage haben wir noch. Ja, schau mal nicht. Da mache ich mir nichts vor. Ähm... Aber wenn man nicht weiter erkunden kann... Dann spiele ich das einfach fünfmal. Und dann gehen wir beim zweiten Mal halt ganz links die Ecke alles abklappern. Beim zweiten... In der dritten Runde gehen wir dann links unten alles abklappern oder so. Ähm, damit wir halt einmal die komplette Karte gesehen haben, ne? 34 Tage, ey. Ich habe keine Muni mehr und... Ähm... Ich überlege gerade, ob wir gucken sollen, wo der Chip ist. Sollen wir uns spoilern? Sollen wir uns spoilern und nachgucken, ob der in Vault 15 ist und wir den übersehen haben? Oder sollen wir die erste Runde wirklich... Also, es ist ja bis jetzt komplett blind für mich, ne? Das einzige, wo ich halt ein bisschen geguckt habe, ist halt hier, ähm... Das habe ich ja auch ganz am Anfang gesagt. Dass wir hier... Damit habe ich ein bisschen im Internet geguckt, ne? Dass wir das hier so ein bisschen ausgewogen hinkriegen. Okay, ich überlege mir das, äh... Ich brauche euch ja jetzt nicht drei Minuten in die Kamera starren. Und überlegen ist eh schon wieder viel zu lang die Folge. Und, äh, ja. Ich freue mich, wenn ihr beim Untergang von Ruhlland und seinem Vault 13 dabei bleibt. Bis dann.